moin hier ist jetzt geht es weiter mit airport simulator 2013 und ja ich ganz vergessen wenn man hier zum beispiel druck klickt so ne gehen wir mal eben hin hier start das ist ja wenn man hier drauf klickt dann hat man die fahrzeugausstattung und so was alles da kann man seine fahrzeuge aufrüsten die geht's ausrüsten und so was alles eine arbeitzeit dann wieder das flinker geht so also habe ich vergessen zu zeigen das könnt ihr damit dann machen so man ist da ein pokal 1 ich bin azubi hallo wie frech ist das denn also schließe alle dringenden halten erfolgreich ab habe ich gemacht anfänger schließe eine mission erfolgreich ab habe ich auch gemacht experte schließe 10 der javi auch voll profi erster versuch erreicht einen rang a in einer mission und hier hast du dann richtig so aufgaben was du denn machen was ne also ist einfach nicht nur hin und her fahren sondern du hast auch missionen und so was alles dass du denn richtig aufsteigen kannst und ehrgeizig eben ich will das schaffen ich schaffe das jetzt kommst nachtlich ins schlaf ein weil du sagst ich will das jetzt packen gut denn wegen wie daten also hier oben muss auch gut haben das wollte ich nur mal kurz erwähnt haben das hatte ich auch nicht gemerkt und jetzt gehen wir mal gucken was wir in mission zwei pünktlich 30 minuten in kürze landet ein jumbo jet fordere hierfür den hierfür den service zum flugzeug abfertigung an beachtet dass es ein zeitlimit gibt okay zeitlimit winken wie 30 minuten und spielen dann wollen wir mal sehen die haben ja so viele leute das geschrieben die graf werden sofort ich gucke ja die handbuchnummer rein ich bin gleich wieder da so dann bin ich wieder mit kuhn eh soll man die sicht drehen werden wir gleich sehen ne also irgendwo mut jetzt gleich mal flugzeug landen ankunft steht da auch ne geht fünf hat das ist genau da an der spitze gleich wieder können wir ja schon mal hingehen ist er schon da ist er schon da wie fein ist hat so ich bin auch hier nein ich muss irgendwie bescheuerte hallo mein freund muss ich mal zurück an die dörren so ja noch mal zurück entfernung zum ziel wieso wird das nicht weniger sorry falsche tür jetzt aber ich gehe all das rechte türen so wieder normal das kennen wir ja schon von mir jetzt gehen wir mal eben hin das müssen wir beladen erstmal catering 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 jetzt gucken wir mal eben man kann hier verschiedene autos nehmen das ist dieser hier jetzt ist das egal weil ich in der mitte bin ok ding dung wir sind so und jetzt mit kuh kann man drehen alles klar alles klar und nicht mit der maus sondern nur wenn du kuh drückst dann dreht man alles klar dann haben wir das auch wieder raus und kameransicht und action wir haben wo fahr ich jetzt kann man durchfahren alles klar will ich aber nicht ich will nämlich nach g5 da hätten wir sie hier okay ich fahr mal außenrum bevor das hier im crash macht so zack 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 dann sollen wir jetzt im alles schnell über die bühne kriegen ich doch mal hoffen auch nicht schneider doch noch nicht hier doch auch verkehrt sage ich euch kommen an hier harry knüders so dann wollen wir mal eben sehen dass wir dorthin kriegen so von der andere seite müssen wir wahrscheinlich rein da steht unser flieger so mein freund er geht noch mal weg genau jetzt komme ich das gute ist ja daran dass er wenigstens mal feine zeiten wenn du das am anfang noch ein paar mal gemacht hast dann wirst du noch ein schirm haben später aber ich noch nicht so und grün zack und hoch catering leertaste beginnen alles klar dann haben wir das geschafft jetzt holen wir den frachtlader zack wo steht der denn alles klar auch so nach vorne wieder 25 ich werde mal nervös wenn das in zeit gehen ich könnte ich kriege dann wirklich schweißen 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 so dann wollen wir mal gucken beladung da ist da bei boarding ist fertig betanken schläppen da haben wir alles auf dem schirm hier hat irgendwas pp mache der schweißen schweißen die fliegel der linke die vorderform die von das hier So. Be logged in. Das ist der. Die Vorräte ist fertig. Alles klar. So. So. Nein. Was machst du? War schon richtig. Ich hab mal den falschen Knopf gedrückt. So, komm. Wieder hoch. Ne, keine Spielchen mit mir. Ne? So. Und jetzt brauchen wir hier das komische Ding. Genau. Ja, ja. Backtaxi. Backtaxi. Ach, das müssen wir einladen wahrscheinlich. Da müssen wir nämlich hin. Diesmal achten wir auf den Pfeil. Nicht, doch egal. Wer für Bifo oder ohne. Ich voll Trottel. So. Auf den Pfeil achten. Sehr schön. Ein bisschen zurück. Wir müssen mal langsam hier fahren. Ein bisschen zurück. Nein. So. Jetzt. Sehr schön. Was ist das denn hier? Fertig. Automatisch beladen. Zack. Und jetzt wollen wir mal sehen. Ladeverzeichnis. Ui. 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 Muss ich denn beide Pakete später mal nehmen? Keine Ahnung. Werden wir sehen. Nein. Innenansicht. Wir schauen jetzt auch in Ordnung. Ui. Beladen. Da bin ich jetzt gerade bei. Entladen auch anscheinend nicht. Sondern nur beladen. Da fahren wir ja, wie gesagt, auch gleich hier so an der Seite eben hin. Ich muss aber wahrscheinlich eben, das kann ich als erstes mal eben machen, mein Catering weg da. Nein. Der andere. Genau. Weil sonst habe ich nie ein Problem. Und. Weil ich da eben hinfahren will, ne? Den parke ich jetzt mal eben hier eben hin. Ich hoffe, der steht hier nirgends irgendwo im Weg. Ne, sowohl nicht, ne? All die Snute. So, Frachtlader nicht. Dieser hier war das. Sehr schön. Dann können wir den weiterfahren. Und jetzt können wir da wenigstens vernünftig ranfahren. Jawohl, 7 and back, 7 and back. Ich bin in, ich bin in, ich bin in Home in Tourcrop. Tourcrop. Midday, Midday Houston. So, halt. Nicht so flink, halt. Ich bin immer so ungeduldig hier. So. Drücken. Wunderbord. Das muss natürlich wieder runter. Ups, wir müssen natürlich erst mal hier draufklicken. Garantiert. Jetzt runter. Sehr schön. Jetzt müssen wir hier draufklicken. Sehr schön. Frachtübergabe. So, bii. Pfeiler unten war das ja nur Pfeiler oben. Ihr habt ihr müsst ihr sehen, ne? Das war da. Jetzt geht ihr wieder drauf. Oder das ist der falsche? Das ist der falsche? Das ist der falsche? Der ist der richtige. So, hoch. So. Nein, hoch. Einwächsend, ne? So. Drücke ich wieder heute nach vorne hin. So, beladen. 50 Prozent. Alles klar. Das heißt, ich muss den anderen auch noch holen, ne? Gar nicht schnell, Heini. Hätte ich auch gleich mitnehmen können, oder? Aber wie gesagt, wir haben ja die Nüance. So, ich bin von da hinten gekommen, meine ich. Da hinten, alles klar. Doch, stell dir die Kameransicht. So kann man denn, alles klar, links und rechts. Wenn man Fahrzeug drin ist, dann kannst du Poli und was drücken. Also, das ist easy. Zu easy, zu kill sie. So. Ich glaube, ich muss auch wieder von hinten ran fahren. Weil das immer eine Pfeilrichtung ist. Das werde ich mal lieber machen. Drehen muss ich sowieso. Schneller geht's mit dem Dünnern-Peter. So, dann fahren wir hier mal im Run. Alles klar, das ist der. Wunderbar. Scheiße. Was ist denn los? Oh, nee. Ich kann hier nicht so gut mit rückwärts fahren. Darum kurfe ich doch nochmal... Oh, die Zeit, die Zeit. Komm, 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 komm. Ihr müsst ja am besten ganz langsam reinfahren. Dann braucht ihr nicht immer so oft drehen und, 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 ne? Langsam reinfahren. So, okay. Ich hätte auch gleich zwei Pakete mitnehmen können. Die Volltrottel wahrscheinlich. Aber... Nur so lernen, Mann, ne? Es wird langsam so... Ah, Dämmerung. Genau, 20 Uhr. Und jetzt hat... In Amsterdam. Amsterdam. Komm, wir fahren nach Amsterdam. Wo? Wo bin ich denn denn? Halt, 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 halt. Oh, ich hab die Kameraansicht. Das hab ich auch nicht erinnern. Nicht voll groß. So. 50 Prozent seht ihr hier. Der zwei Karton ist hinten drauf. Dann keine Ahnung, was da drin ist. Wahrscheinlich irgendwie Malenbrühe oder Geschenke oder Uhren. Ich weiß es nicht. Hier darfst du jetzt echt verkehren. Ist die schwieriger sind. Schon wurden da da. So. Halt, die Frau fest. So. Sehr schön. Ey. Aber jetzt wurde ich... Ach ja, das muss ich erst mal runter. Na, jetzt muss ich mal gucken, wie hier war das jetzt der dritte. Ich wollte hier mal wieder alle durchschnacken, aber das war das erst. Ja. Wo du wo? So. Dann muss ich hier drauf. Sehr schön. Dann geht das hier drauf. Boah, komm, ich bin mir nicht aufgesackt, ne? Dann gibt's einen. So. Hoch, runter. Jetzt sollte ich mein 100 Prozent erreicht haben. Und? Klingelingeling? Ja, sehr schön. Betanken. Betanken, betanken, betanken. Schnell, 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 schnell. Das bringe ich gleich alles weg. Ich will mal ganz kurz ihm alles betanken. Betanken, betanken, betanken. Die Enteisung brauchen wir nicht. Betanken, da ist, betanken. Alles klar. Ich glaube, das lasse ich da alles in der Nähe stehen. Aber ich glaube, das ist egal. Beim neuesten Level muss ich sowieso... Oder beim neuesten Auftrag ist alles wieder an Ordnungstelle, ne? Also. Ich löw. Ich kriege dann alles hin. 18 Uhr aufgeschen. Sollte gehen, ne? Wenn ich mal auf... Komm mir noch zu leite. Wie? Fine. So. Fahrzeug wird tanken, ist auch einfach. Dann haben wir ja schon... Dann kriegen wir... Oh, die Turwin drehen sich auch schon. Der ist schon wieder startenklarer Ding. Wenn's grün wird... Ah... Zack. Ne? Wunderbar. Fall nach oben. Ist klar, ne? Jetzt W drücken. Wischen A. Jetzt drücke D. Ist drinne. Jetzt A. W. Und wischen den D, sodass ihr in der Mitte seid. A drücken. Fertig. Und jetzt werden wir tanken. Weitere. So. Währenddessen kann ich das einfach schon mal schnell wegfahren. So. Den... Ups. Ich fahr den mal eben... Komm, gehen wir nicht auf den Sack. Ich fahr den mal eben, dass Udala durchgepasst. Auch wieder zur Seite hin. Dass ich aus dem Spielraum da rauskomme. Aus seinem Bereich. Fertig. Ach, hier doch morgen, Kollege, ne? Ich packe den einfach hier hin. Ja, ist fertig. Ist fertig, ist fertig. Ich packe den mal da hin. So, Catering haben wir weg, ne? Das Tankfahrzeug... Das Tankfahrzeug kann ich auch schon wieder wegpacken. Yo. Ich bring alles jetzt aus dem... Bereich da raus. Ne, da wieder... Watt, klick in querhang da rein, ne? Aber siehste, ich glaub, ich kann hier alles schön parken, weil... Man muss das ja nicht dahin bringen wieder. Das passt. Die auch noch mal eben. Nein, den ersten. So, kannst du dich mocken. Ja, doch, easy job, doch. Ganz klar, da draufstehen, ne? So. Ja, wie gesagt, man braucht das nicht alles auf der Ordnerstelle wieder zurückbringen. Fast Vorsicht. Warum Vorsicht? Was ist los hier? Was ist los hier? Oh, Entschuldigung. Oh, da kommt, wenn man... Erinnern sich fährt. Easy job. Kriegen wir nicht so her? Entschuldigung. Ähm, die Brücke. So. Sehr schön. Haben wir soweit alles, ne? Jetzt holen wir den Schlepper. Während wir da hinfahren, gucken wir nochmal unseren Flugzeug an. Das da auch wirklich nichts mehr ist. Und dann sollten wir das eigentlich gut geschafft haben, ne? Oh, ha, oh, ha, oh, ha. Eine Fällstunde, ne? Naja, ein paar Minuten sind es dann noch besser abfliegt, ne? Aber ich denke mal, wir packen das. Ich weiß auch nicht genau, warum Schwierigkeitsgrad gleich kommt, ey. Oh, mit Rauf war jetzt schon vorkommen. Ach, die Ohren können wir durchfahren, genau. Da hatte ich eh und ich bin ganz außen rumgefahren, die Volltrottel, ne? Naja, egal. Oh, G3 steht auch schon. Ich muss mich schon mal sehen, das machen wir hier schon kommen. So. Da steht mein ganzes Gerät da. Na ja, Park muss ich auch noch leeren. Aber das Krimi auch kennen. Wenn euch das Spiel gefällt, in der Beschreibung ist ein Link dazu, wo ihr dann kriegen könnt, ne? Jo, Jo, Celebration, Celebration. So. Zack. Ah, wie auch Glück gehabt, ey. Halt, 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 halt. Erstmal muss ich hier... Vorsichtig, hier fahren. Bin ich jetzt grün? Ne. Auch jetzt war ich aber grünen. Scheiße. Fahrt denn vorsichtig. Jetzt ist das grün. Einige Fahrzeiten sind so noch an Teststrecke unterwegs. Bitte fahrt, wie die Strecke frei ist. Ja, okay. Welche Fahrzeuge? Jetzt. Alles klar. Äh, mach nicht so ein Lärm, ne? Was machst du? Oha. 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 Wieso ist das jetzt schwieriger? Was hat passiert? So. Jetzt muss ich jetzt mal komplett geradeaus. So. Achso, ich hab W und S jetzt verwechselt, ich voll Trottel. Da müsstest du mal darauf achten, ne? W ist rückwärts in diesem Fall. Und das hab ich jetzt, das war mein Fehler. So, komm, da schaffst du in den Kreis da hin rein, ne? Oha, oha, oha. Sag mal, wieso fährst du? Und was mach ich falsch? Weil er ein Flugzeug starten will, denk ich mal. Hier steht ein Flugzeug nämlich. Keine Ahnung, ich geh da mal ganz stark von außen. Oder was ist das jetzt hier? Na, jetzt geht das ja wieder vorwärts. Ich weiß gar nicht, was da war. Oder weil da einer gestartet ist. Das kann natürlich auch sein. So, mein Freund. Ich hoffe, du stehst mir jetzt nicht mehr im Weg. Oh, da steht auch einer. Oha, 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 oha. Aber ich glaube, das könnte jetzt gut passen, ne? Oha, guck mal, wie viele da stehen, ey. Naja, ich bin wenigstens ein Erster. So, komm. Und Zeit, elf Minuten und ein bisschen. Das geht ja noch, ne? Jetzt soll das grün werden. Jawoll. Wunderbar. Wunderbar. Mission Erfolg abgeschlossen. Benötige Zeit 18 Euro. Äh, 18 Euro. Ich voll muss. 18 Minuten und 44. Siehst du, geil doch. Ne? Wir können das fallen. Wertung A, neuer Rekord. Das geht noch besser, das Serie Dimension, ne? Gesamtgewinn 2200 und hau mich tot. Gut. Also. Wunderbar. Was haben wir gelernt? Wieder was geschafft, ne? Jetzt kommt das nächste, demnächst pünktlich in 35 Minuten. Oh Gott, vor Ort ist ja immer so ein Flugzeug. Privatheit. Irgendwie cool. Wie gesagt, ähm, das werden wir in dem nächsten Video machen. Wenn wir immer alle durchspielen. Hier oben, wie gesagt, könnt ihr die Fahrzeuge kaufen, Pokal und so. Und alles habt ihr da, so, ne? Hier sind die Aufträge. Hier geht ihr zurück in, äh, ist das schon in Optionen. Also, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne meinen Kanal abonnieren. Würde mich sehr freuen. Ich würd ja mal an Gronk rankommen, ne? Ich muss ja nur noch eine Million Abonnenten haben. Das schaffe ich. Mit eurer Unterstützung schaffe ich dort. Nein, was jetzt. Werd ich in diesem Leben bestimmt nicht mehr schaffen. In den nächsten sieben auch nicht. Aber ist egal, ne? Macht mir trotzdem Spaß. Also. Wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne einen Kommentar hinterlassen. Meinen Kanal abonnieren. Oder eben liebe Grüße da lasst. Egal. Wart. Wenn ihr das Spiel euch interessiert, in der Beschreibung ist ein Link drin. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende, ja? Also, in diesem Sinne, ab in die Rinne. Bis dann. Tschüss.